Sebastian ist die Nummer 1. So, Sebastian ist dort. Dann reise ich mal dorthin. Was ist das? Anlorbrind. Da gehen wir rein. Als erstes mache ich das. Yes. Sebastian, du willst ja voll viel von mir. Das ist toll. Das ist fraglich. Löwe. Also auch hier alle Sternzeichen Löwe. Bitte liken, kommentieren. Folgt mir auf Instagram. Sebastian, ich komme. Hallöchen. Du weckst mein Interesse. Also. Ich kam so schnell ich konnte. So wie auch Schloss Rookwood und Isidoras Anwesen. Wie wollen wir vorgehen? Wir müssen sehen, was sie tun. Ich sage, wir greifen sie direkt an. Begraben wir unsere Feinde. Also gut. Und ich habe immer noch das Runen-Symbol von dem Tryptichon. Wenn es eine Verbindung gibt, sehen wir das Symbol bestimmt nochmal. Nach dir. Die machen wir platt. Sebastian. Teamarbeit. Wer will sich denn schon verstecken? Hm. Da sind sie. Da vorne. Geh du voran. Renrocks wieder weg. Wir verlegen. Niemand betritt diese Mine. Wer es versucht, muss sterben. Renrocks anhängern mein neues Ernst. Hm. Das sind Loser. Hä. Was die Vanmassen? Was hier? Aha. Wer ist da draußen? Was? Die sind meine Schwerden. Ratsring Sandy. Aha. Ha. Hä? Echt? Was war das denn? Was war das denn? Ach, wirklich? Danke. So. Können wir hier auch romantisch... Ach, du läufst mir nach. Ähm. Gut. Was haben wir hier? Da ist ein Schatz drin. Gut. Weiter geht's. Das läuft aber gut. Wir sind ein gutes Team. Ja, in der Tat. Torte. Wir könnten uns wie so oft durchkämpfen. Oder heimlich vorgehen. Du weißt ja, was ich tun würde. Kämpfen. Aber wir können erst mal so ein paar ausknocken. Und dann... Pam, 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 pam. Ja. 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 Das hat halt. Ja. 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 Das tut mir leid. Komm, schieß auf mich. Das war's mit dem Spaß. Spaß ist ein dehnbarer Begriff. Wie wahr, das war relativ spaßig. Spinnen! Ja, super! Toll. Aber ich bin ja nicht allein. Sebastian ist bei mir. Ich werde leiser sein als ein Job. Jetzt sind wir wohl oder übel drin. Ach, so eine entspannte Anstellung in Gringotts würde mir gefallen. Den ganzen... Du kannst du tanzen. Diese Miene gleicht einer Gruft. Sie wurde nach Unfallberichten geschlossen. Jetzt verstehe ich, warum. Revedio. Da sind keine Kobolde in den Netzen. Die sind sogar für Spinnen zu ekelhaft. Klasse. Gehen drüben. Du wäldet ja den Tod recht. zu viele hier muss es etwas geben dass sie unbedingt haben wollen ich will da hoch oh gott ja gut okay was das dieser vorsprung ist wirklich hoch vorschläge okay sie sind abgehauen lichter ich habe einen vorschlag tatsächlich so siehst du warum sonst lernen wir sowas in der schule du bist auch reizend ich kann glaube nicht aufhören ihn die ganze zeit anzumachen hey ich habe gerade meinen eisprung ich kann nicht anders ich kann es ist die pure natur frag mich nicht was ist hier los und ab mein po tut schon weh vom ganzen sitzen okay hey ist alles okay ich glaube es ist nicht so meine meine magie nicht so siehst du mal was bist du denn so also ein bisschen tun sie mir schon leid wenn sie brennen und dann so vor schmerzen rum rennen das finde ich schon ein bisschen brutal das ist schon hart ähm ja ja da ist noch ein schatz ich kann gut dann mal weiter dann mal weiter kommst du kommen sie kommen sie wir werden schnell mit ihnen fertig professor hecke wäre stolz in der tat rennrocks anhänger haben praktisch den krieg erklärt maximalen genau 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 Ähm. Oh, cool. Man kann da hoch. Oh. Ja, halli, hallo. Oh. Hallo. Oh mein Gott. No, man. So. Hier ist es aber dunkel. Äh. Was ist denn da los? Bin bereit. Oh, wie gerne hätte ich jetzt den Speckpilz eintrumpft. Ein lästiger Mensch. Hindo. Was ist denn da los? Da bist du ja. Hink. 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 Ich werde dich versiegen, Kigger. Ich wusste doch, dass du ungefährlich bist. Ich werde dich tun. Du bist der Beste. Du bist der Dämen. Nevioso. Das Alenzio. Bingo. 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 Du sind noch nicht da. Eww, eww Eww Es wirkt gar nicht auf die Eww Eww Das war's für heute. Ressentum! Ressentum! Nimm die Arme von Brinko! Kippie! Ressentum! Stupor! Keine Ahnung warum man Gryffindors wird hapfer hält. Wir Slytherins sind wahre Helden. Und es macht viel mehr Spaß mit uns zu kämpfen Aaaaah Juuu! Hat sie nicht gesagt. Okay. Gut. Jetzt können wir uns endlich in Ruhe umsehen. Okay. Ähm. Das sind welche, die man Dingsi Bumsi machen muss. Kann ich da irgendwo hoch? Hier? Jetzt weiß ich wofür wir das hier brauchen. Nein, komm her! Komm! Pups Pups! Ja! Genau! Komm Prinko! Wir sollten diese Spinnnetze beseitigen. Sie sind irgendwie immer im Weg. Ja! Sooo, dann... Ein Ruhmesystem! Über der Höhentür! Randocks Anhäler haben es nicht erkannt. Tja, das ist jetzt hier ziemlich dumm. Wie von einem regnerischen Schleier befreit kehrte die Welt zu mir zurück. Wie lange war ich bewusstlos gewesen. Ich kann mich nur an seinen Augen erinnern. Leer. Ja, leer vor Trauer. Aber auch... Ich entsinne mich, dass sich eine gewisse Euphorie verspürte, als der Schmerz verging. Aber dann begann alles sich zu drehen. Ich muss mir den Kopf verletzt haben, als ich fiel. Ich kann weder eine Wunde ertasten, noch eine sehen. Aber das Schmerz ist beispiellos. Ich kann nur hoffen, dass es nicht der Schwarze tot ist. Wenigstens hat er keinen Schmerz mehr. Was hast du da? Einen Tagebucheintrag von Isadora. Hoffentlich hilft er uns, dieses Rätsel weiter zu entwirren. Hm, ich seh schon. Sebastian! Ich habe was gefunden! Ein Stück Leinwand! Großartig! Unsere Mühen waren doch nicht vergeblich. Trotzdem, irgendwas an diesem Ort ist komisch. Wenn uns das Tryptichon zu dieser Leinwand geführt hat, können wir wohl annehmen, dass Isadora Morgana hier war. Sie scheint überall gewesen zu sein. Aber wenn sie die Krypta und den Keller unter dem Anwesen in Feldcroft genutzt hat, wieso sollte sie dann diesen Ort erschaffen? Und warum alles hinter kryptischen Runen verstecken? Und hinter alter Magie, die niemand außer dir sieht? Isadora und Percival Rackham, ein weiterer Hüter, konnten ebenfalls Spuren alter Magie sehen. Rackham? Der Name sagt mir nichts. Ich sah ein paar seiner Erinnerungen. Ich glaube nicht, dass er und Isadora sich über die Nutzung dieser Magie einig waren. Alles ganz schön verwirrend. Bringen wir die Leinwand zurück zum Tryptichon. Vielleicht finden wir dort Antworten. Dieser Ort ist wirklich seltsam, aber auch überaus faszinierend. Gut. Und jetzt raus hier und zurück nach Hogwarts. Es sei denn, wir finden einen anderen Weg zur Krypta. Ziehen wir uns doch mal um. Tja. Was ein Zufall. Das ist der Moment der Wahrheit. Es muss passen. Bitte sag, dass du den Ort auf dieser Leinwand wiedererkennst. Die gute Nachricht ist, ja, in der Tat. Und was ist die schlechte? Es bedeutet noch mehr Ärger. Aber wenn jemand mit Ärger klarkommt, dann wir. Ja. Ich kenne diese Küste. Renrock hat dort eine große Mine samt Umgebung eingenommen. Moran Weem leidet stark darunter. Dort ist es jetzt so schlimm wie in Feldcroft. Wollen wir jetzt dorthin? Lass uns warten. Wieso? Die ganze Zeit hinken wir Renrock einen Schritt hinterher. Ich kenne jemanden, der uns helfen könnte. Und wen? Ein wohlgesinnter Kobold. Er steht nicht auf Renrocks Seite. Ein freundlicher Kobold? Kobolde haben meine Schwester zum Schweigen verflucht, damit sie gesehen, aber nicht gehört wird. Ja, aber nicht alle Kobolde. Nicht alle Kobolde? Hast du Feldcroft schon vergessen? Hast du die Mine vergessen, in der wir gerade waren? Nein, Sebastian, habe ich nicht. Du hörst mir nicht zu. Warum sollte ich auf jemanden so Ignorantes hören? Das war gemein. Vielleicht hatte dein Onkel recht. Du weißt nicht, wann Schluss ist. Oh, ich weiß genau, wann es reicht. Unglaublich. Sebastian? Sind wir noch zusammen, oder? War das jetzt? Hast du Schluss gemacht? Ehekrise. Sebastian, hast du dich beruhigt? Du bist hier. Du bist hier. Sebastian, das Relikt, von dem du sprachst. Glaube nicht, dass ich deinen Koboldfreund vergessen habe. Aber ich musste dir erzählen, was ich erfahren habe. Ich denke, einer von Slytherins Schülern fand das Relikt bei der Aufgabe, Sarkophage in dieser Katakombe zu untersuchen. Aus einem Bericht des Schülers geht hervor, dass er oder sie es nicht mitnehmen konnte. Darum vermute ich, dass es noch da ist. Wie schon erwähnt, verleiht dieses Relikt dem Träger die Macht, schwarze Magie wieder aufzuheben. Wenn es in dieser Katakombe ist, muss ich es finden. Für Anne. Ich muss sie sehen. Mich würde interessieren, was der Schüler noch so entdeckt hat. Sie selbst. Leider steht kein Name drauf. Aber ich denke, wenn es wichtig genug für Slytherin war, um ihn in seinem Zauberbuch zu verstecken, dann sollten wir ihn uns genauer ansehen. Erkunden wir die Katakombe. Vielleicht können wir danach einen besuchen. Perfekt. Übrigens hat sich Ominous nach dir erkundigt. Du hast ihm nicht gesagt, was wir machen, oder? Nein, ich schwöre. Gut. Ominous wäre wütend, wenn er wüsste, was wir vorhaben. Schülerbericht. Die Arbeit in der Katakombe hat mehr als erwartet zu Tage gefördert. Mehr über unsere Vorwarten zu erfahren, war sehr erhellend. Aber ich bin auf etwas anderes gestoßen, das ich nicht ignorieren konnte. In einem Bereich hinter dem verfallenen großen Saal, inmitten der ungestürzten Sarkophage, habe ich ein seltsam gefaubtes Relikt entdeckt. Ich hoffe sofort, seine enorme Macht gespürt. Es wäre mir eine Freude, dieses Relikt eingehender zu untersuchen, wenn es nur erlaubt wäre, Gegenstände mitzunehmen. Ich möchte diese Katakombe gerne mit dem vergleichen, was ich über sie gelesen habe. Komm mit. Ich bin mir sicher, der üble Gestank ist der Duft des Erfolgs. Bleiben wir erstmal ganz ruhig. Ja! Concento! Ja! Concento! Concento! Nebioso! Da! ... Zumindest wissen wir, dass wir nicht allein sind. Vielleicht war's das. Und der Rest, der Kuft, ist frei von Insekten. Kann her! Spinnen sind keine Insekten. Schon gut. Wir sind aus einem Grund hier. Ich denke, wir haben Anlass, sie zu öffnen. Dieser Raum ist höher, als er scheint. Das ging schnell. So. Weiter geht's, Sebastian. Ich bin ein bisschen wütend auf dich, aber ist okay. Oh. Pass auf, ich wäre fast ausgerutscht. Oh Mann. All das Gras wirkt gar nicht mehr wie eine Gruft. Ich habe von Katakomben gelesen, die erweitert werden sollten, aber es gab Probleme. Und dann wurden sie aufgegeben? Genau. Oh, das macht ja nichts. Könnte eigentlich auch mal wieder mehr Tränke benutzen in einem Kampf. Gut, weiter geht's. Wo einem Saal wäre ich auch gerne beerdigt. Du magst es bruckvoll. Das kannst du laut sagen. Hier ist sogar ein Altar samt Knochenhaufen. Herrlich. Knochen außerhalb des Sargophags? Irgendwie seltsam. Hier. Okay. Okay, ähm. Okay. Hm. Okay. Ich brauche einen sicheren Weg hinüber. Ah! No, Moss. 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 Ha! 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 Oh, was er... Sooo, Oh. Sag mal, wo geht's denn hier überall hin? Ui. Ui. Ja, nice. So.